Unser Auftrag ist es, das markierte Zielverhobern unzuhalten. Los geht's! Auf diese Stelle konzentriert. Da ist einer, wo wir nach Weikern im Westen sind. Gegner aufgedeckt. Sehr hart gesessen. Gegner getroffen. Was hat sie erwischt? Sie haben uns gefunden. Neue Erlaubnis erteilt. Wir haben sie! Wir wurden in 6. Viele erfassen. Wir haben uns in 6. Das hat ein großes Loch hinterlassen. Feuerlaubnis erteilt. Der Gegner hat uns im Gefierd. Feuer erlaubnis erteilt. Ein auf der Ketten ist beschädigt. Feuerlaubnis erteilt. Wir gehen das Brederbrunnen. Wir haben sie im Visier. Feuerlaubnis erteilt. Wir gehen das Brederbrunnen. Wir haben sie im Visier. Geht. Wir sind bereit. Bereit zu feuern. Sie haben uns gefunden! Wir haben sie im Visier! Wir haben sie voll erwischt! Ein Gegner hat uns im Visier! Verlasse ziel! Geladen, leg los! Gegner getroffen! Gegner beschädigt! Der Gegner zielt auf uns! Gegnerischer Panzer zerstört! Wir haben die Panzerung geschlagen! Der Motor raucht! Wir haben sie voll erwischt! Einer weniger! Wir haben den Motor repariert! Können aber nicht mehr so schnell fahren! Dann alles! Drei, Drei! Drei, Drei! Drei, Drei! Ich bin der hier! Drei, Drei! Der ist Geschichte. Suche ein neues Ziel. Wir haben es geschafft. Gewonnen! Die Gäste ist ein neues Ziel. Der ist die Nachteil. Die Gäste ist ein neues Ziel. Vielen Dank.